Solltest du mit über 40, 50, 60 oder älter einen YouTube-Kanal starten? Ich glaube, wenn du auf dieses Video geklickt hast, dann ahnst du bereits die Antwort tief in dir drin. Jetzt musst du für dich nur noch den Mut finden, dazu zu stehen. Darum sage ich das jetzt laut und deutlich. Ja, unbedingt. Es lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Video erzähle ich dir, warum es so genial ist, als Teil einer älteren Generation, sozusagen in der Lebensmitte, auf YouTube aktiv zu sein. Bleib also dran, wenn dich das interessiert. Willkommen bei Jasky Art, mein Name ist Jacek und auf meinem Kanal helfe ich Leuten, sich zeichnerisch und gestalterisch zu verbessern. Dieses Video weicht also ein bisschen von der Norm ab, trotzdem geht es auch hier um Mut und Kreativität. Diesen Kanal habe ich mit 51 Jahren gestartet. Heute, fast genau ein Jahr später, habe ich bereits über 2500 Abonnenten und bin monetarisiert. Also im YouTube-Partnerprogramm dabei. An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle, die mich hier ganz wunderbar unterstützen, kommentieren und mitmachen. Ohne euch würde es das in dieser Form so nicht mehr geben. Dankeschön. Nun, warum solltest du mit über 40, 50, 60 Jahren auf YouTube starten? Erstens, kleine YouTube-Kanäle werden gerade vom YouTube-Algorithmus gepusht. Du siehst mein Video, obwohl das ein sehr kleiner Kanal ist. YouTube hat sich in den letzten Jahren technisch verändert und weiterentwickelt. Kleine Creator wie ich verschwinden also nicht im Nirwana, sondern werden effektiv gezeigt. Zweitens, es ist heute ziemlich einfach, vielleicht sogar super einfach, YouTube zu machen. Jetzt von der technischen Seite gesprochen. Ein Smartphone und natürliche Beleuchtung reichen aus, damit du zum Beispiel aus deinem Auto Inhalte veröffentlichen kannst. Es muss nicht zwingend das neueste Equipment, optimale Beleuchtung oder ein raffinierter Filmschnitt sein. Du kannst deine Filme auch komplett auf dem Smartphone erstellen und veröffentlichen. Drittens, der Markt der über 40-Jährigen ist auf YouTube total unterrepräsentiert und wird in den nächsten Jahren stark wachsen. Das ist ein weiterer Grund, warum du auf YouTube sein solltest. Du bist hier nicht allein damit und kannst dich immer mit anderen YouTubern austauschen. Und mal ehrlich, YouTube ist die neue Midlife-Crisis. Wir müssen keine teuren Autos, teuren Schmuck etc. kaufen. Wir können hier einfach auf vielerlei Arten kreativ werden. Das ist ja das Tolle an YouTube. Mit über 40 ist YouTube eine unglaublich kreative Plattform. Du denkst dir Inhalte aus, recherchierst, nimmst die Videos auf, schneidest sie und lernst bei jedem Video etwas Neues dazu. Alles, was auf YouTube zunächst unüberwindbar scheint, ist machbar. Du findest eine gute, also deine Nische, redest über das, was du gut kannst, was dir am Herzen liegt und voilà, dein Kanal wächst. Glaube mir, es ist wirklich nicht so schwer. Das Wachstum ist toll, klar, aber die Erfahrung hier ist unglaublich. Du findest hier garantiert deine Community, deine Gemeinschaft. Wir verbringen im Alltag so viel Zeit damit, uns zu verstecken und nicht wir selbst zu sein. Auf YouTube kannst du deinem Wesen entsprechend auftreten. Die Leute, die dich nicht mögen, gehen einfach weiter. Aber diejenigen, die deine Vibes fühlen und dich verstehen, werden deine treuesten Abonnenten. YouTube ist eine unterstützende Community. Ich hätte nie erwartet, so viel Liebe und Unterstützung auf dieser Plattform zu bekommen. Es hat mir wie neues Leben eingehaucht. Als Vater eines jungen Teenagers und berufstätig, liefert und funktioniert man einfach. Auf dieser Plattform bestimmst du den Wert, teilst dein Wissen und bekommst ganz viel zurück. Es fühlt sich grossartig an, wieder bewusst geschätzt und gesehen zu werden. Auch in der Lebensmitte, wo alles irgendwie gleich bleibt, bringt YouTube Abwechslung. Das Leben ist nicht mehr so wie als Teenager voller neuer Dinge. Es ist meistens Rechnungen bezahlen, zur Arbeit gehen, Familie versorgen, Abendessen machen und dann ins Bett. YouTube bringt da frischen Wind rein. Du postest ein Video und fragst dich, was passieren wird. Es ist immer aufregend, egal ob es floppt oder durch die Decke geht. Und hey, wenn du möchtest, kannst du damit sogar eine gewisse Karriere machen. Wenn du konsequent bist und Mehrwert bietest, kannst du auf YouTube ziemlich durchstarten. Niemand sagt dir, was du wie tun solltest. Ausser deine eigenen Statistiken. Sobald du 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Wiedergabezeit innerhalb eines Jahres erreicht hast, kannst du monetarisiert werden. Es gibt hier einige Möglichkeiten, mehr oder weniger Geld zu verdienen. Aber das nur am Rande, die technischen Aspekte, möchte ich in diesem Video gar nicht behandeln. Dieses Video ist ja ein simples Redevideo, also ein Talking Head. Ich habe viele bearbeitete Videos gemacht, aber diese eher ungeschnittenen oder wenig geschnittenen Videos bekommen im Vergleich viele Aufrufe. Sei also nicht ängstlich, einfach zu posten. Ich habe graue Haare, Falten und bin 52. Es ist authentisch und echt. Ob du dich stylen möchtest oder nicht, liegt ganz bei dir. Es funktioniert beides. Sei einfach du selbst und sprich von Herzen. Das ist das Schöne an YouTube. Wenn du darüber nachdenkst, auf YouTube zu starten, lass die Sorgen hinter dir und lege einfach los. Mit über 40 hast du eine dickere Haut, Erfahrung und die Ausdauer, um regelmässig Videos zu machen. Und wenn Leute dich kritisieren, dann hast du garantiert, die Erfahrung, konstruktive Kritik von Einfallsloser zu unterscheiden. Lass die negativen Kommentare einfach abprallen. Mach dir keine Sorgen darüber, was Freunde oder Familie denken. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp dazu, sag ihnen einfach nichts. Wachse und wenn du erfolgreich bist, kannst du es ihnen zeigen. Und es bringt auch nicht deinen Algorithmus durcheinander. Es ist die perfekte Zeit, um anzufangen. Und mit diesem Video siehst du es selber, dass selbst ein einfaches, nicht gross bearbeitetes Video auf deinem Feed landen kann. Und wenn dir die Zeit fällt, mach deine Videos in Einzelteilen. Nimm einen Teil im Auto auf, während du auf die Kinder wartest und den nächsten Teil, wenn sie im Bett sind. Füge die Teile zusammen, wenn du Zeit hast. So kannst du die Zeit effizient nutzen und dich in der Videokreation ausprobieren. Die Zauberformel dazu ist, bleibe einfach, aber konstant. Und mit der Zeit wirst du automatisch besser werden. YouTube hat mein Leben verändert, im Sinn von enorm bereichert. Obwohl es hier viel zu lernen gibt und der Aufwand nicht zu unterschätzen ist, hat mir diese Plattform neue Energie gegeben. Das Beste ist und bleibt, wie gesagt, die Gemeinschaft hier. Mit so vielen wunderbaren Menschen in so kurzer Zeit in Kontakt gekommen zu sein, habe ich auf keiner anderen Plattform erlebt. Sei es TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter oder andere. Hier ist der Umgang unglaublich konstruktiv, bereichernd und fühlt sich wirklich echt an. Weil er es ist. Die sozialen Verbindungen sind unglaublich. Die Leute, die du triffst, die Unterstützung, die du bekommst, es ist alles grossartig. Also, wenn du darüber nachdenkst, auf YouTube zu starten, tu es einfach. Kreiere Inhalte und gestalte sie so, wie du möchtest. Geh raus und hab Spass, probiere dich aus. Ich bin Generation X, wir sind die Regelbrecher, die Furchtlosen. Nirvana und Grunge waren meine Heimat. Also, zeig dich und geniesse es. YouTube fördert und zeigt kleine Kanäle und du siehst es ja, dass es funktioniert. Okay, das war jetzt meine Motivation an dich. Möchtest du vielleicht ein weiteres Video zu diesem Thema? Sei es vielleicht, was die Zahlen hinter YouTube betrifft oder meinen technischen Aufbau oder wie man sich hier präsentiert, beziehungsweise den eigenen Kanal brandet, gestaltet. Schreibe es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten lass gerne ein Däumchen nach oben da oder ein Abo, falls du noch keines hast. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem eigenen Kanal. Mach's gut. Auf bald. Auf bald.